Meine lieben Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part. Ich bin der Meinung Part 30 vom FM mit dem SC Freiburg. Wir sind aktuell gut drauf, wir sind Dritter. Ich bin jetzt in Bremen, die Zwölfter sind. Was sagen wir denn? Akzeptables Ergebnis, sagen wir. So, bin ich mal gespannt. Textmodus gegen Bremen. Mal direkt Konzi anrufen und wir haben direkt schon eine Chance. Zweiter Einwurf. Wiedels kommt da raus, fängt den Ball ab. Okay. Oh, aber wir sind wieder im Ballbesitz. Das ist schon mal gut. Ha, Bremen hat jetzt seit dreieinhalb Minuten kein Tor mehr kassiert. Das müssen wir heute ändern. Verunglückte Kopfballabwehr von Bremen. Landet bei Hanke. Schuss aus 17 Metern, trifft aber nur mehr Medi. Ja, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber schon mal zwei kleine Chancen hier direkt zum Anfang. Aber jetzt auch Bremen am Start mit Elia. Ha, Kopfball von Pedersen geht vorbei. So, sagen wir mal, geht drauf. Nicht, dass Bremen jetzt hier anfängt, auf den Gedanken zu kommen, hier ein bisschen Tore zu machen. Wir sind ja natürlich eher ein bisschen defensiver ausgerichtet mit dem ZDM und mit dem ZM. Die Offensive hier notentechnisch nicht ganz so weit dabei. Schuster mit einer Ecke. Wird von zur Leiste geklärt, aber zu kurz. Zuck aus 16 Metern. Hämmert den Ball aufs Tor. Deutlich am Kassen vorbei. Schade. Aber schon direkt die nächste Chance hinterher. Und diesmal sogar eine richtig gute. Eine Ecke von Schmied wieder. Erreicht in diesem Vorzug Flugkopfball. Und so kann die Ecke von Schmied geklärt werden. Ja gut. Brödel hat das Ding dann rausgehauen. Aber wieder die nächste Chance. Wieder eine Hochkarätige. Kreuzen ihre Laufwege. Schmied spielt genau in die sich bietende Schnellstelle auf Hanke. Und rechts einschiebt. Jawohl! Wie ist denn? Mikey trifft sechstes Saisontor. Und vierte Vorlage von Schmied. Sehr, sehr schön. Lachen wir mal weiter so. Richtig, richtig gut. So, seit 333 Minuten hat Bremen wieder ein Tor kassiert. Jawohl. Sehr stark. Ja, hier Mike wieder mit am Stüssel. Ja, was machen wir? Hier, was machen wir? Mimi, die ist jetzt nicht voll da, habe ich so das Gefühl. Schuster aber auch nicht, ne? Nehmen wir mal Schuster raus. Mit einer 4,5. Wir bringen mal Darida, noch mal ein bisschen was Kreatives. So haben wir uns das vorgestellt, sagen wir. Und dann motivieren wir Sorg. Äh, loben. Und wir loben GuiD. Und wir loben natürlich auch Hanke. Und hier mal ein bisschen motivieren und den... Ja, hier Ginter noch mal ein bisschen motivieren. Den Assistenten lassen wir wieder massieren. Und dann geht das weiter in die zweite Halbzeit. Und bin ich ja mal gespannt. Mal ein bisschen dafür, noch mal ein bisschen was Kreatives reingeworfen jetzt mit Darida. Aber die erste Chance geht an Bremen. Ja, abseits aber. Okay. Okay. So, nächste Chance für uns. Wir sind eine kleine. Setze ihn gut gegen Caldirola durch. Äh, Caldirola. Legt ihn auf Hanke. Dieser kommt einen Tick zu spät ran. Na, schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn wir mir da mal einen aufgelegt hätte. Eine Schlammschacht. Okay, sagen wir, äh... Okay. Oh, wir haben noch mal eine super Chance. Äh, Ecke von links. Schmied. Bringt den Ball herein. Steigt noch mal kurz mit dem Pfosten hoch. Mike, äh, köpft. Und zwei Meter links vorbei. Ah, schade. Schade, schade. Es gibt Elfmeter und Gelb für Diagné. Nein. Ah, dann kickt er uns da wieder rum. Kacke. Dann ist das wieder... Ah, das ist ärgerlich. Elfmeter in Bremen. Elia legt sich den Ball zurecht. Kurzer Anlauf. Hat ihn im Nachfassen. Jawohl. Oh, Mann. Da ist er. Oliver. Sehr, sehr geil. Elfmeter pariert hier. Lecko Mio. Direkt am Anschluss die Chance. Muccia. Unpräzise Flank auf den Medi. Kommt trotzdem aufs Tor. Äh, Mio jetzt ist die Sichtreaktion. Reagiert zu spät. Der Ball geht aber auch vorbei. Ah, ich dachte jetzt schon. Ah, FM. Oh, jetzt hier aber eine super Chance. Äh, für Bremen. Erstmal nur eine Ecke rausgeholt. Die Ecke ist aber auch wieder eine richtig gute Chance. Ecki-Chi mit der Ecke. In dem 5-Meter-Raum. Petersen kommt zum Kopfball. Aus der Empfehlung kann man das aber wenig machen. Warum man das ohne Chance? Da ist es. Da ist es. Das 1-1. Ah, ärgerlich. Ärgerlich. So, wir wechseln mal kurz aus. Ähm. Was machen wir? Bringen wir Freis für Mimedi. Wir bringen Freis für Mimedi. Und. Ich hab ja nichts Offensives mehr. Ich hab ja nichts Offensives mehr. Mit der Rieder hab ich schon mit einem meiner Offensivsten raufgeworfen. Und gut. Die hatten eine Top-Note mit 2-5. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Geht rauf, sag ich jetzt. Zumindest. Zumindest das Unentschieden halten. Solange wir jetzt, äh. Das Unentschieden halten. Ist alles okay. Das Unentschieden gegen Bremen. Klar, wir sind von der Tabellenposition her höher. Aber das wird ja nicht die ganze Zeit so bleiben. Das ist uns allen klar. Aber hier eine schöne Chance. Darida auf Hanke. Aber der verzieht. Muss ich schon mal mehr draus machen. Die nächste Chance direkt für uns. Und wieder so eine gute. Darida hat sich davon gestohlen. Er hält eine schöne Steilflanke. Äh. Steilvorgabe. Von guter Idee. Äh. Ja. Ab 40 glücklich. Nein. Äh. Freis, ey. Aber Freis ist wieder da. Also eingewechselt. Und der ist direkt wieder am Stüssel. Startet hier wieder Unruhen. Ureta. Wer ist das denn? Wo haben sie den denn her? Vom Trikot her könnte das so ein bisschen Man City sein. Okay. Müssen wir uns das mal anschauen. Was das für einer ist. Den kann ich nicht. Der sagt mir gar nichts. Den müssen wir jetzt ja die Saison verpflichtet haben. Und die nächste Chance für uns. Eine super hochkarätige. Einwurf. Zug ist links durch. Flank nach innen. Fälsch hier Reingabe zu. Freis ab. Der. Und nage den Ball ins Tor. Yes. Sebastian Freis. Jedes Spiel, Alter. Würde ich nur einen Wechsel trifft. Das ist der Wahnsinn. Zwei Tore hat er jetzt gemacht. Ich glaube, Bokard hat er auch eins gemacht. Und in der Euroleague trifft er auch regelmäßig. Also der Chip ist echt brutal. Und er hat trotzdem eine 5,5. Obwohl er ein Tor gemacht hat. Jetzt hinten dicht. Hinten dicht jetzt, Freunde. Nicht jetzt noch irgendwas hier zulassen. Hier. Bremen hat fünf Chancen. Wir haben elf. Also das ist ja mal hochverdient. In Bremen drei Punkte mitgenommen, Freunde. Das heißt im Endeffekt, wir bleiben auf Platz 3. Leck und Mio haben wir gerade eine gute Saison, ey. Wir sind ja mal richtig gut drauf aktuell. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Bester Spieler. 2,5. Kyle Tiroler. Und Muccia bei uns auch. Und jetzt wollen wir mal schauen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Äh, äh, da. Ureta. Transfers. Von Lissabon. Okay. Warum ist er das Nationalmannschaftstrikot? Wenn er sagt Uruguay. Nicht im Team. Naja, gut. Hat mir noch nichts gesagt bis jetzt. So. Gucken wir mal. Mir war klar, dass wir gut drauf sind. Und dass die Mannschaft ihr wahres Gesicht zeigen wird. Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert. Wir waren aber nicht in der Pflicht, das Spiel zu machen. Bremen war in der Pflicht. Ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gewesen. Ja, es ist, es ist erstaunlich, wie treffend, äh, immer doch diese Nachrichten sind. Wir haben allerdings keinen hier in der Elf drin. Gut, aber Tolgai Arsland ist hier drin. Äh, wir reden ja. Bei den Leuten, die hier drin sind, muss ich mich auch nicht wundern. Aber der Ulle ist da drin. Der Ulle und der Schwab. Ja. Perfekt. Ist doch mal richtig gut. Jetzt gehen wir mal ein Stückchen voran, bevor wir den Part hier beenden. Ja, sportlich. Ich müsste jetzt auf eine 20 gehen. Würde mich, alles andere würde mich stark wundern. Oha, läuft das gerade gut. Und, oha, die Reserve gewinnt auch noch 3-0 gegen Großaspach. Großaspach. Und, äh, Schrami war bester Mann. Dann sagen wir mal, superletzte Spiel, Schrami. Du warst da drin, nicht gut drauf. Verletzungen. Acht Tage noch für John. Okay. Für John noch acht Tage. So, was haben wir hier transfertechnisch? Mhm, mhm. Mhm, interessant. Irgendwie nicht. Oh, jetzt ging Lazio auswärts und dann zu Hause ging Hamburg. Das werden noch schwere Spiele, Freunde. Das werden noch schwere Spiele. So. Katze steht ab der nächsten Saison bei uns im Kader. Okay. Okay. Was, was haben wir denn in der zweiten Mannschaft? Ja. Mh, auf jeden Fall. Brauchen wir auch. Ah, die ist aber auch voll, die zweite Mannschaft. Na, lecko mio. Der haut ja eh bald ab. Ta. Ja, Höhen. Ja, Höhen muss man mal gucken, was wir mit dem machen. Klaus genauso. Guck, klar. Bei denen ist es, glaube ich, ein, also was heißt, die zweite Mannschaft ist zwar schön, um Spielpraxis zu sammeln, aber da interessiert es mich eigentlich nicht so, in welcher Liga die spielen. Natürlich, je höher die spielen, desto besser ist es natürlich für die. Aber vielleicht müssen wir mal darauf achten, dass wir die, äh, verliehen kriegen nächste Saison. Oder zum Beispiel, vielleicht auch schon mal eine Hälfte. Und Röhr ist auch bei uns in der nächsten Saison im Kader. Gegen Mainz. Scouting. Scouting. Stufe 4 erhöht. Okay, ich will trotzdem mal kurz reingucken. Boah. 23,70. Oh, Philippe Andersen. Ja, ist ganz, ganz knapp über unserem Budget. So, haben wir hier noch 20,66, oh Nazi. Oder oh Nazi. Oh Nazi. Ähm, zurückgetreten. Warum ist er denn zurückgetreten von der Nationalmannschaft mit 20? Kann er sich leisten, ja, kann er sich leisten. So. Oh Nazi. Ja, liegt auch über unserem Budget, ne? Also, das, äh, wir haben jetzt noch transfertechnisch 1,7, aber gehaltstechnisch halt nur noch 544.000. So ein Kavanda. Das ist alles, alles über unserem Budget, Freunde. Alles über unserem Budget. Wir müssen mal gucken, dass wir jetzt hier das Ding ins Ausbauen. Und zwar, um, damit wir mal ein paar neue Mitarbeiter hier rankriegen. Wenn ich jetzt nämlich, äh, Scout, warum mal vernünftigen Scout, wisst ihr? Und wenn ich ihn jetzt unter Bürogebäude, okay, Bürogebäude, äh, das wollte ich doch nur wissen. Infrastruktur. Bürogebäude. Jawohl, nice. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin mit 500.000. Perfekt. Gehen wir einen Tag weiter. Jetzt gegen Lazio. So. Ah, hier toppt drauf, meine Leute. Außer Schuster. Schuster speckert gerade so ein bisschen. Aber Darida ist besser in der Form. Dann bringen wir auch einen Darida mit rein. Kenne ich ja nix. Ähm. Wir geben gegen Lazio. Ne, wir müssen gewinnen. Das Problem ist ja nämlich in der Gruppe hier bei uns. Kann ich das hier irgendwie sehen? Ne, kann ich nicht. Wo sehe ich denn das? Das sehe ich doch hier, ne? Ja. In der Gruppe bei uns ist so ein bisschen das Problem. Wenn wir jetzt nicht gewinnen und Real Betis gegen Grasno da hoch gewinnt, sind wir schon wieder nur Dritter. Das heißt, wir müssen, dadurch, dass wir jetzt gegen Real Betis 2-2 gespielt haben und gegen Grasno da 2-1 gewonnen haben. Schon mal eine gute Ausbeute, klar. Aber wir müssen da ein bisschen aufpassen jetzt. Dass wir gegen Lazio zumindest nicht abgeschossen werden. Äh. Scouting auf Stufe 6 und Sebastian Gomez hat das für Drast-Angebot. Was habe ich denn alles hier hochgeholt? Ach ja, die drei Männer hier, die über 50 sind. Naja. Kann ich jetzt aber hier den Dennis Lewis auch mitnehmen. Wenn ich sage, ab 50, dann komm mal ran hier. Nächste Saison. Und 150.000, glaube ich, hatten wir gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Dann machen wir dazu, ab 50 holen wir die Leute hoch. Äh. Für die nächste Saison für die zweite Mannschaft. Für drei Jahre immer. Machen wir hier mal 100. Mal gucken. Machen wir nochmal ein neues Angebot. Ähm. Ich denke mal, das ist realistisch. Dann geben wir dem Lewis auch nochmal. Hat der Trainingsziele? Ne. Dann geben wir dem Trainingsziele. Es wird da partschen, aber viel zu lang. Geben wir ihm mal eben die Trainingsziele. Zack. Und geben ihn einen Mentor. Und zwar, wen will er? Kerk. Jo. Ist okay. So, der Lewis. Ähm. Und dann, wen haben wir jetzt noch? Wetteres Angebot gemacht? Hier. Jetzt hat der Lewis direkt einen falschen Mentor. Ich habe ihm noch gerade Mentor gegeben. Okay. Dann kriegst du Diagnese. So. Und. Doppler. Doppler. Ähm. Bam, 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 bam. Bam, kriegst du natürlich auch erstmal Trainingsziele. Aha. Sowas wie Flanken und so weiter. Schnelligkeit. Musst du natürlich haben. Ausdauer ist auch wichtig. So. Und auch du kriegst Trainingsziele mit Hiddlestad. Trainingsziele sag ich schon. Mentor. Ja, sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Links hat ja Gommes. Sehr gut. Dass wir den schon mal haben, ist schon mal gut. Ne? Das ist schon mal gut. Aber hier, das ist dann auch irgendwann, wo ich so sage, naja, das muss jetzt nicht sein. Ich meine, die zweite wird nächstes Jahr anders aussehen, ganz klar. Wird nächstes Jahr einen drastischen Umbruch kriegen. Muss aber auch. Ne? Weil, guckt euch das an. Wir versuchen natürlich nochmal in der Winterpause hier nochmal ordentlich auszusortieren, weil das muss eigentlich alles, alles was unter 50 ist, muss erstmal weg, tendenziell. Ne? Und das hier sowas hier, das kann dann nochmal verliehen werden. Irgendwie. Mal gucken. Machen wir alles nächste, nächsten Part, übernächsten, übernächsten Part hier, ne? Nach Hamburg, äh, gucken wir uns nochmal ein bisschen den, den Kader hier an, dass wir da nochmal ein bisschen was raus, rauswerfen. Ähm, wir machen das jetzt folgendermaßen, Freunde. Wir gehen jetzt ins, äh, 3D-Spiel gegen Lazio und dann machen wir nochmal, oder machen wir gegen Hamburg und dann, ja, wir machen das so. Wir machen jetzt Textmodus gegen Lazio, 3D-Spiel gegen Hamburg, wieder Textmodus gegen Nürnberg und dann nochmal wieder ein 3D-Spiel zu Hause gegen Lazio. Machen wir so. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dennne. Tschüss.